Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute neutrale Junk Journals mitgebracht. Journals, wie auch immer. Mal so ein bisschen was anderes, wobei es von außen jetzt ähnlich aussieht wie das, was ich sonst auch mache. Ja, warum mache ich denn das? Also, wir fangen mal mit dem kleinen Prachtstück an. Und zwar dieses Prachtstück hier, das wird sich nämlich auf die Reise machen. Zur lieben Doris ist nämlich eine Happy Mail. Eine Happy Mail Aktion, ein Notizbuch zu gestalten mit einem schönen Cover. Man sieht, ein schönes Cover mit 3D-Stempeln und einem Mini-Dingel-Dange. So, dann kommt die Notiz von mir. Und ja, sie ist, ich sag mal, leer. Das ist wirklich ein Notizbuch? Also, ich sag mal, leer ist gut. Nein, es ist nicht dekoriert, wollte Varaya damit sagen. Ja, genau. Also, leer ist es nicht, es hat Seiten. So, dementsprechend, es ist ein Notizbuch. Es hat ganz viele neutrale Seiten. Hier und da. Dann wirklich eine Kleinigkeit, wo ein bisschen was dran und drauf ist an Flecken. Oder hier so eine kleine Bibelseite mit drin. Ich habe eine Bibelseite mit reingenommen von denen, die ich auch zur Dekoration benutzt habe. Hier gibt es noch ein paar Notizseiten dazu. So, das hier war eine Happy Mail Aktion. Kann man halt auch machen, dass man Menschen, die jetzt, sag ich mal, keinen Junk Journal ertragen können, vertragen können, noch nicht so weit sind oder gerne ein Notizbuch haben wollen. Oder halt in diesem Fall eine Happy Mail Aktion, wo es einfach darum ging, ein Notizbuch zu machen, wo man reinschreiben kann mit einem schönen Cover. Kann man auch verschenken. Ist, sag ich mal, relativ schnell gemacht. Gut, hier sind ziemlich viele Trockenzeiten dabei gewesen wegen des Stoffs. Dann lege ich mal ein bisschen zur Seite. Kommen wir mal zu meinem dicken Wälzer. Das habe ich mir gemacht. Das gebe ich Ihnen nicht aus der Hand. Also müssen Sie mal zum Anfassen angucken. Das ist eine alte Bibel, also eine wirklich alte Bibel von 1860. Ich gucke mal eben, ob der Bilderschnitt passt. Ja, ihr könnt es sehen. Das ist gut. Das ist altes Leder. Es ist ganz weich. Ich habe es nicht weiter bearbeitet, außer, dass ich mir hier Sachen drauf geklebt habe. Und mit Konturliner, das soll so ein bisschen verrubbelt aussehen, Memento Memoria draufgeschrieben habe. Ja, was will ich damit machen? Das ist mein Erinnerungsbuch. So, da werde ich immer dann, wenn mir irgendeine Erinnerung hochkommt, werde ich mir... Oh, da muss ich wohl noch mal ein bisschen noch arbeiten. Fällt mir gerade auf. Ich habe die Fransen nicht angeklebt. Naja, manchmal fällt einem ja auch beim Flips vorerst auf, was man noch machen muss, ne? Ja, das Ding ist halt wirklich echt alt und deswegen habe ich hier mit einem Stoff gearbeitet. Ich wollte aber auch nicht diese Inschrift hier, oder Inschrift, also diese Deckelschrift reinpacken. Hilda Amanda Johanns Tochter, Hofgarten. Äh, kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Naturfortsgang, 22. Juli 1877. Das Buch selber ist von 1860 gewesen. Irgendwo habe ich die Seiten, also den Inhalt noch. Ja, und jedenfalls das hier wollte ich natürlich erhalten und deswegen habe ich hier nur so einen kleinen Fransenstreifen dran. Den ich jetzt noch mal festkleben muss, wie ich gerade festgestellt habe. So, ansonsten findet sich hier nur neutrales Papier. Und da werde ich schreiben, gestalten, reinkleben, was auch immer mir einfällt. Es ist bewusst ein bisschen Junkie gehalten. Na, muss ich hier hinten die Fransen auch noch ankleben? Ja, ich muss hier hinten die Fransen auch noch ankleben. Seht ihr mal. Ein unfertiges Buch, zeige ich euch jetzt. Auf jeden Fall ist das hier mein Erinnerungsbuch. Das ist ein echt fetter Wälzer mit sieben Signaturen. Ja, ihr seht, sieben Signaturen. Das ist fransig, grungy. Ja, und mit einer versteckten Bindung, wobei durch dieses weiche Leder sieht man hier tatsächlich die Streifen. Das stört mich aber gar nicht. Also das darf so sein. So, dieses Schatz hier gebe ich nicht aus der Hand. Meins. Dann kommen wir mal zu Sachen, die noch meine sind. Die wandern nämlich in meinen Etsy-Shop mit Katzenhaar. Hier hat sich wohl ein Bündchen platt gemacht auf dem Schreibtisch. Die wandern in meinen Etsy-Shop, weil ich einfach gesagt habe, ich habe gerade so viel Spaß daran, sage ich mal, einfach Bücher zu binden und schön zusammenzustellen. Und hier einfach ein schönes Cover zu gestalten. Das ist ein bisschen größer als A5. Ein kleines blaues Journal. Das hat einen Junk-Journal-Charakter, es ist undekoriert. Das heißt, das ist ein Buch für Menschen, die Bock haben, in einem Junk-Journal sich dekotechnisch voll auszutoben, die aber weder Lust haben, ein Buch auszuschlachten, noch zu bekleben, noch zu binden. Natürlich kann man das Cover noch weitergestalten, ist klar. Also das ist jetzt hier so ein schönes Grundcover. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Also ich habe auch echt überlegt, ob ich es behalte. Aber wenn ich jedes Buch behalte, dann braucht die Küche. Unter mir bald ein Stützbalken. Dementsprechend darf es in neue Hände wandern. Ein bisschen Lateinheft drin, ein bisschen Notenpapier, ein bisschen bunte Seiten, ein bisschen richtig alte Buchseiten. Also wir haben hier alles mögliche, von Tortenspitze, Kaffee und Tee gefärbte Sachen. Es ist viel drin. Es hat zwei Signaturen, unterschiedlichen, unterschiedlich großen Blättern. Es ist ein bisschen größer als DIN A5 und es wandert in meinen Etsy-Shop. Den findet ihr unten verlinkt. Jetzt packe ich den mal zur Seite. Mein nächstes Herzchen, was in meinen Etsy-Shop wandert, ist ein altes Französisch-Deutsch. Handwörterbuch nennt es sich, Handwörterbuch, hier seht es. Ich fand einfach dieses Cover toll und es fasst sich auch noch richtig gut an. Dementsprechend habe ich es erhalten. Das ist ein echt altes Buch gewesen, aber natürlich nicht so alt wie meine Bibel. Und das ist jetzt auch noch ein bisschen steif, weil ich es gerade erst gebunden und geklebt habe. Und, ja, jetzt steigen wir es mal auf. Dieses Herzchen hat sechs Signaturen. Genau, hier so kann es hin, sehr schön. Sechs Signaturen. Es ist auch junkig. Es ist, sagen wir mal, neutral von den Seitenfarben. Da ist hier und da mal eine Bibelseite drin, eine abgerissene Seite. Wir machen hier und da mal halbe Seiten drin. Aber es ist wirklich ziemlich, hier im roten Blatt, ziemlich neutral bisher. Das heißt, dieser, dieser kleine Welser von sechs Signaturen und in jeder Signatur habe ich, lasst mich mal ganz kurz gucken, immer gleichmäßig viele Blätter genommen. Eins, zwei, ich ziehe nur die großen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben große und kleine Blätter dazwischen. Da sind sechs Signaturen. Und das eignet sich perfekt zum Gestalten in jede Himmelsrichtung. Selbst das Cover. Wenn einem jetzt dieses blaue Handwörterbuch, französisch Buchcover nicht gefällt, hier ist alles möglich. Hier können noch Verschlüsse dran, hier können noch die Innenseiten gestaltet werden, die Innencover und natürlich die ganzen Signaturen. So, der möchte auch, der, der Welser. Das Journal der Welser möchte ein neues Zuhause finden und dort lieb gehabt und gefüllt werden. Ich hatte einfach so viel Spaß am Buchbinden, deswegen habe ich gleich weitergemacht. Hier haben wir auch noch ein Schatzi, was ein neues Zuhause sucht. Außen auch noch relativ neutral gehalten. Hier ist schon so ein bisschen die Vintage-Richtung vorgegeben. Ihr seht, ich habe schon die, ja, altdeutsche Schriftseiten habe ich hier eingebunden, ja, eingebunden aufgeklebt und ein schönes, ja, schönes bestempeltes Rückentuch gewählt. Ja, wie gesagt, ich habe den Buchrücken beklebt mit Stoff. Mit bestempeltem Stoff. Wir haben eine schöne Kreuzbindung, also eine sichtbare Bindung an der Stelle. Hier seht ihr, die unsichtbare Bindung ist eingeklebt. Hier habt ihr die sichtbare Bindung in den Buchrücken rein. Und, ja, die Neutralität setzt sich hier erstmal in den Deckeln fort. Das heißt, es ist noch ganz viel Platz zum Gestalten da. Das hier ist ein bisschen bunter, junkig, als das andere, als das Wörterbuch. Das Wörterbuch ist ja sehr neutral von den Seiten her. Hier findet man hier und da einfach auch bunte Seiten. Ich habe ein bisschen Atlas mit eingebunden. Ich habe farbige Seiten, hier habt ihr blau gesehen. Hier hinten winkt noch ein bisschen rosa. Ich habe Notenpapier drin. Hier schon so ein paar Pockets vorgegeben. Ihr seht, ist also selber so ein Registerblatt. Ja, und es ist alles Mögliche an Klimbim hier drin an sich, also an Seiten-Klimbim auf jeden Fall. Kurze, lange Tortenspitze, blau-rosa Atlas-Noten, Kaffee gefärbt, Tee gefärbt, Lateinseiten. Hier so ein bisschen richtig rumgeklext. Also es bietet super, super, super viel Platzmöglichkeiten und Anregungen für das weitere Gestalten. Hier hätten wir vier Signaturen und lass mich mal kurz schauen. Eins, zwei, ich ziehe wieder nur die großen. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, ach Gott, jetzt habe ich mich verzählt. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, so zehn, elf Blätter pro Signatur. Das macht eine ganze Menge und wenn man es zusammendrückt, da geht auch noch ein bisschen was zu dekorieren, ohne dass das hier so ein Mega-Crokodil-Mauf wird. Natürlich könnt ihr das auch für einen Mega-Crokodil-Mauf machen. Auf jeden Fall ist das vorbereitet für einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin und ich denke mal, diejenige, die dieses Büchlein hier bekommt, wird sehr viel Spaß damit haben, hier die Seiten zu füllen. Und ganz ehrlich, wenn es nicht über den Laden Tresen geht, dann werde ich bestimmt selber damit Spaß haben, es zu füllen. Allerdings habe ich hier noch ein paar Projekte liegen, die als erstes kommen. Naja, ich wünsche mir natürlich einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin, die das hier liebevoll gestaltet und wenn es richtig, richtig gut läuft, kriege ich davon Bilder. Oder ihr macht ein Video und ich kann es mir angucken. Wäre ein Traum. Genau. So, ich mache nochmal eine Werbung an eigener Sache sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Ich glaube, ich werde das mal entsprechend kennzeichnen. Es ist mein Hobby, Leute. Es ist nicht mein Job, es ist mein Hobby. Ich freue mich aber, wenn ich anderen damit eine Freude machen kann und ich freue mich auch, wenn ich dafür eine kleine Aufwandsentschädigung bekomme, weil es dauert. Es dauert, ich habe Materialeinsatz. Es macht natürlich auch Spaß, dennoch verbringe ich meine Freizeit damit, hier Bücher zu kreieren und zu gestalten. Und wenn das honoriert wird und jemand damit Spaß hat und ich ein paar Euro dafür bekomme, freue ich mich sehr. Das hier ist jetzt mein kleines Plädoyer dafür gewesen. Macht doch auch mal ein einfaches Journal. Oder kauft euch ein einfaches und macht daraus was richtig Geiles. Das kann man halt auch im Junk-Journal-Bereich machen. Es muss nicht immer perfekt ausgestaltet sein. Das hier macht sich jetzt auf die Reise zu Doris. Liebe Doris, ich hoffe, du süßt dir das Video, nachdem du das Buch in die Hand in den Händen hältst. Das hier wandert in meinen Meinschrank, mein Schatz. Das ist tatsächlich ein schönes Ding. Gott, das ist jetzt schon das dritte Journal, was ich für mich mache. Das ist unglaublich. Ja, und diese drei Kandidaten findet ihr dann in meinem Etsy-Shop, sobald das Video online ist. Ich wollte es eigentlich Mittwoch rausbringen, jetzt wird es doch Sonntag, weil ich irgendwie zu langsam bin. Diese drei Schatzis sind dann im Etsy-Shop vorhanden, wenn dieses Video live ist. Das heißt, ihr könnt unten auf den Link klicken. Ihr seht den Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch die Journals interessieren, dann haut rein, nehmt Kontakt mit mir auf. Ansonsten freue ich mich sehr über Likes, Kommentare und alles, was ihr mir mitteilen wollt. Fandet ihr das Video cool? Fandet ihr es doof? Ist das für euch okay, wenn man in so einem Video ein bisschen Werbung macht für das, was man selbst in den Shop bringt oder in den Bazaar oder auf den Flohmarkt oder was auch immer? Findet ihr es eher nervig? Das würde mich echt mal interessieren. Und ich glaube, das ist auch das erste und das zweite Mal. Ich habe sogar das das Traveller habe ich ja auch eingestellt. Aber es ist das zweite Mal, dass ich hier Werbung mache für Sachen, die ich dann auch verkaufen will. Alle anderen waren Geschenke oder Sachen für mich selbst. Ja, ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Ich wünsche euch einen wunderschönen, kreativen Basteltag, einen herrlichen Austausch mit euren Bastelmaterialien und sage mal bis demnächst in diesem Kino.